Das Hotel, wo wir jetzt logieren, wirkt wie ein Traum aus tausend und einer Nacht. Dieses Hotel Dera Masuda ist ein Hort der Entspannung und des Genusses mit seinen vielen angenehmen Möglichkeiten, die man voll auskosten kann. Das Hotel der Besinnlichkeit in den ganz frühen Morgenstunden. Da die Sonne noch nicht voll aufgegangen ist, kann man die Berge im Hintergrund noch nicht richtig erkennen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir sind zwar keine Rucksack-Touristen, aber Koffer dran und reisen von Hotel zu Hotel immer mit einem Stapel Koffer. Es wird Zeit, da die Busfahrer schon auf uns warten, um uns zum nächsten Ort der vielen, vielen neuen Sehenswürdigkeiten zu kutschieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017